Wir sind Matthias und Christopher und gemeinsam mit unserem Professor Joachim Schöbel von der TU Wien sind wir die Entwickler der Open-Source-Simulationspakete Netschern und Engisolve. Mit ihnen kann man multiphysikalische Effekte simulieren, zum Beispiel Elektromagnetik, Mechanik, Strömung, Temperaturrechnungen und Kopplungen der verschiedenen Effekte. In Kooperation mit Forschungszentren haben wir bemerkt, dass oft super spannende Lösungen entwickelt werden, die werden aber in der Industrie oft nicht eingesetzt, weil das einfach zu bedienende Interface fehlt. Deswegen bauen wir jetzt eine webbasierte Plattform, in der Forscher ihre Applikationen relativ einfach einspielen können und die dann automatisch in der Cloud laufen. Damit können sich Forschungszentren auf ihre eigentliche Arbeit, die Entwicklung von neuen Modellen konzentrieren. Vor zwei Jahren haben wir gemeinsam das TU Wien Spin-Off Selbstim gegründet, um Industrieanwendungen aufbauend auf unsere Open-Source-Simulationssoftware zu entwickeln. Zum Beispiel für Siemens Energy entwickeln wir Kraftwerkstransformationssoftware, mit der sich die Verluste und die entstehende Temperatur in seinem Transformator voraus berechnen lassen. gruppeernis Vielen Dank.